Mitarbeiterbeteiligung über Hördel oder Growth Shares? Was es damit auf sich hat, das verrate ich euch in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei Davicon CFO Insights. Der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Davicon CFO Insights. Und heute geht es um ein Thema, das wir schon mal so in Folge 7 bis 14 behandelt haben, nämlich die Frage nach der Mitarbeiterbeteiligung. Und dabei insbesondere, wie in Folge 44 angekündigt, um den Begriff der Hördel oder Growth Shares. Also was ist das? Ist das eine neue Form der Mitarbeiterbeteiligung oder was verbirgt sich eigentlich dahinter? Aber bevor wir da tiefer einsteigen, einmal noch die Problematik, was passiert eigentlich, wenn ich einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin an meinem Unternehmen beteiligen möchte? Und die große Problematik, die da drin steckt, die wird auch oft als Dry-Income-Besteuerung bezeichnet, nämlich dass ich eine Steuer zahlen muss, auf einen Geldwerten Vorteil, den ich erhalte, hier in Form einer Beteiligung, aber ja eigentlich gar kein Cash bekommen habe, um dann diese Steuer auch zu zahlen. Im Startup-Bereich ist das relativ unproblematisch. Meistens, wenn das Unternehmen noch keine zwölf Jahre alt ist, dann kann ich mir diesen Betrag stunden lassen. Aber natürlich, das hat man letztes Jahr auch gesehen, wenn dann der Kurs fällt. Ich glaube, Klarna war da ein ganz großes Beispiel, was da durch die Presse ging. Da kann es natürlich sein, dass ich Steuern gezahlt habe auf etwas, was hinterher gar nicht mehr den Wert hat. Und das ist ärgerlich. Persönliche Meinung meinerseits, das gehört zum Risiko dazu. Ich kann nicht immer nur das Positive nehmen und das Negative außer Acht lassen. Aber vielleicht helfen ja Grows oder Hurdle-Shares, das zu lösen. Also was ist das? Eigentlich ist das gar nichts Neues. Nur dieser Begriff, der hat sich so im letzten Jahr herausgebildet. Das war vorher schon bekannt unter dem Begriff negative Liquidationspräferenz. Und ich glaube, da hatten wir mal ganz kurz angerissen in Folge 14 oder 14.1, als wir über virtuelle Beteiligungsmodelle gesprochen haben, dass es da eine Möglichkeit gibt. Aber alleine dieser Begriff, der lässt schon erahnen, dass es hier um etwas Technisches geht, nämlich gesellschaftsrechtlich. Und deswegen bringen wir doch mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Also Hurdle oder Growth-Shares ist eigentlich nur ein neuer Begriff, der vielleicht so ein bisschen griffiger ist und vom Marketing-Sprech da auch die Leute eher anzieht. Es handelt sich aber um ganz normale Beteiligungen. Also wenn wir von der GmbH sprechen, ist das eine normale GmbH-Beteiligung mit allen Rechten und Pflichten. Das heißt, ihr habt Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung, ihr habt Recht auf Ausschüttung. Wenn ihr das Unternehmen verlasst, habt ihr Recht auf eine Abfindung. Also eigentlich ein sehr starkes Instrument. Deswegen gilt auch alles, wie gesagt, normale Beteiligung, was für eine normale Beteiligung auch gilt. Das heißt, wenn ihr diese Anteile übertragen haben möchtet, müsst ihr zum Notar gehen, das eintragen lassen, gegebenenfalls die GmbH-Satzung nochmal anpassen, alles was damit verbunden ist, so dass es dann für euch als Unternehmen passt. Das zeigt aber auch, dass sich dieses Instrument eigentlich nicht für alle Mitarbeiter eignet. Weil das ist ja genau das Problem, was ihr bei GmbH-Anteilen habt, dass sie nur bedingt aufteilbar sind, damit ihr dort noch handlungsfähig bleibt als Unternehmen. Und ihr wollt auch nicht, sobald ein Mitarbeiter kündigt, jedes Mal zum Notar rennen, eintragen, austragen, euch darüber streiten, welche Abfindung da jetzt fällig ist, etc. So, das grenzt den Kreis derjenigen schon mal ein, für die dieses Instrument sich eigentlich eignen würde. Aber es ist definitiv aus meiner Sicht ein gutes Instrument, um wenige zu beteiligen. Das heißt, habt ihr jemanden, der vielleicht so nicht Mitgründer war, aber wenig später nach der Gründung an Bord kam und dem man auch irgendwie signalisiert hat, pass mal auf, wenn das hier läuft, kriegst du 30% der Anteile. Und dann hat man es irgendwie so ins Land ziehen lassen und hat diesen Gang zum Notar nie gemacht. Und irgendwann hat man dann festgestellt, oh, wenn wir es jetzt machen, dann haben wir hier eine Problematik, dass du hier den Geldwerten Vorteil versteuern musst. Und ja, wenn du jetzt zwei Millionen auf den Tisch legen müsstest, wäre schon dumm. So, und genau hier haben findige Juristen scheinbar eine Lösung gefunden. Und das funktioniert über diese negativen Liquidationspräferenzen. Vielleicht kennt ihr diesen Begriff Liquidationspräferenzen auch schon aus normalen anderen Beteiligungen, insbesondere wenn Venture-Capital-Investoren mit an Bord kommen, dass sie sich meistens, wenn sie kommen, eine Liquidationspräferenz auf ihr Invest eintragen lassen. Und da gibt es verschiedene Formen. Da gibt es anrechenbare, nicht anrechenbare, einfache, mehrfache, verzinsliche, unverzinsliche. Im Großen und Ganzen, ich möchte gar nicht so ins Detail gehen, aber im Großen und Ganzen heißt das, wenn es zu einem Exit-Szenario kommt, bekommt erstmal der VC im Rahmen der Liquidationspräferenz seinen Anteil. So, das heißt, Beispiel, der hat mal 5 Millionen eingebracht, der sagt, ich habe anrechenbare Liquidationspräferenz von 5 Millionen, das ist mein Invest, was ich getätigt habe. Und nun wird das Unternehmen, leider, weil es nicht so gut läuft, nur für 7 Millionen verkauft und er hat auch nur einen Anteil von, sagen wir mal 20 Prozent, dann würden ihm ja eigentlich nur 350.000 Euro zustehen. Aber er kriegt die 5 Millionen, die er sich hier hat eintragen lassen als Liquidationspräferenz und dann bleiben für die restlichen 80 Prozent leider nur noch die 2 Millionen über. Das ist eine Liquidationspräferenz. Und das Findige jetzt an der Negativen ist, dass man sagt, Mensch, kann man das nicht umdrehen und im Grunde genommen einen Anteil dann nicht nur so einen Vorteil verschaffen, sondern vielleicht auch eine Form von Nachteil, nämlich negativ, dass ein Anteil erst dann teilnimmt an Erlösen aus diesem Anteil, wenn der Unternehmenswert zum Zeitpunkt der Übertragung überschritten wird. Also, gleiches Beispiel, nur dass es jetzt nicht der VC ist, ihr habt ein Unternehmen, das ist 5 Millionen wert und ihr wollt jetzt einen Mitarbeiter mit 10 Prozent beteiligen. So, das heißt, 500.000 Euro müsst ihr eigentlich jetzt auf den Tisch legen, darauf müsste er Steuern zahlen, wenn ihr es ihm so übertragt, sagen wir mal 50 Prozent mit Sozialabgaben und allem drum und dran. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich 250.000 Euro zahlen. So, jetzt könnt ihr die negative Liquidationspräferenz auf diesen Anteil eintragen lassen, in Höhe von 500.000 Euro. Und schwupp, gibt es keinen Geldwertenvorteil mehr und es fällt auch keine Steuer an. Klingt zu gut, um wahr zu sein, ich weiß, aber so könnte es funktionieren. Wo ist der Haken? Der Haken ist, ihr braucht natürlich eine Unternehmensbewertung, Punkt 1, und ihr müsst euch hier im Rahmen einer Lohnsteueranrufungsauskunft oder einer verbindlichen Auskunft von dem zuständigen Finanzamt holen. Und das muss im Vorfeld geschehen, weil macht er das später, kann es zu bösen Überraschungen kommen. Der Wert kann sich ja beispielsweise auch verändert haben. Und darin liegt jetzt auch eine der Problematiken, weil wer mit Finanzämtern zu tun hat, der weiß, sowas kann auch mal locker ein paar Monate liegen bleiben. Und vielleicht kommen noch Rückfragen etc. Und wenn in dieser Zwischenzeit eine andere Unternehmensbewertung stattgefunden hat, beispielsweise weil Investoren an Bord gekommen sind, dann müsst ihr diese Auskunft halt an der Stelle aktualisieren, damit dieser Wert auch da ist. Und dann guckt natürlich denjenigen, den ihr beteiligen wollt, ein bisschen dumm aus der Wäsche, weil dann sind es nicht mehr die 500.000 in meinem Beispiel, sondern vielleicht eine Million, die er eigentlich kriegen würde. Und diesen Wertzuwachs von 500.000, der bleibt dann leider außen vor. Ist nicht so das Ergebnis, was man so möchte, aber das ist einer der Seiteneffekte, die man über diesen Weg hat. Aber mal so als Fazit und meine persönliche Meinung dazu, was sich hinter diesem Hurdle und Growth Shares oder negative Liquidationspräferenzenbegriff verbirgt. Ich halte das für eine sehr, sehr gute Sache für Beteiligung an wenige. Das hatte ich eingangs schon mal gesagt. Das heißt, wenn man ein oder zwei hat, die man so als Mitgründer gerne am Unternehmen beteiligen möchte oder vielleicht auch im Rahmen der Unternehmensnachfolge, dem man aber diese hundertjährige Geschichte eines Unternehmens nicht aufs Auge drücken möchte, was die Versteuerung angeht, dann könnte man wirklich diese Bewertung herbeiführen und trotzdem zu dem Ergebnis kommen, dass man jemanden mit echten Anteilen beteiligen kann. Das funktioniert mit der GmbH genauso wie mit der Aktiengesellschaft. Ich bin jetzt nicht so sehr ins Detail gegangen, wie das technisch alles abläuft. Wer sich dafür interessiert, es gibt einen Blogbeitrag auf www.davicon.de. Einfach mal nach Hurdle Shares suchen und dann werdet ihr den finden oder einfach unter den hier verlinkten Shownotes. Und ja, im Rahmen dessen, wer sich weiter für das Thema Mitarbeiterbeteiligung interessiert, ich werde ja immer mal wieder Themen einstreuen und hatte ja auch schon mal darauf hingewiesen, dass es so Abfolge 7 auch einige Dinge dort gibt, die man sich mal anhören kann. Und es gibt auch einige Blogbeiträge auf der Davicon-Seite. Also lest euch ein in das Thema und wenn ihr da noch Fragen habt, macht auch gern mit mir einen Termin. Ich berate in dem Zuge auch sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, viel Erfolg mit eurer Beteiligung von Mitarbeitern. Macht's gut. Tschüss.